In die Jahre des Herrn 1646, seit langer Zeit in eine Serie schrecklicher Kriege verwickelt. Krabat, ein Waisenjunge von 14 Jahren damals, als Sternsinger von Dorf zu Dorf. Wo bist du hier? Du merkst das. Krabat war eifrig und wollte... Krabat! Ja! Die Mühle war ihm zur Heimat geworden. Eines Tages aber, war Krabat plötzlich allein auf der Mühle. Von den Burschen fehlte seit Stunden jede Spur. Was ist eigentlich hinter der Tür? Heute schon. In der Osternacht. Du hast die Probezeit bestanden, Krabat. Und zum Don dafür, nehme ich dich in den Kreis meiner Schüler auf. Okay. Vergiss, was du nie gesehen hast. Wer stirbt, wirst du nicht? Ich hasse dich! Der Meister kriegt mich nicht. Folge der Stimme des Meisters. Dann kommst du mir nicht werden. Es gibt nur einen wahren Glauben. Die schwarze Magie.